Ja, auf einer Demofläche in Almendingen haben wir das passende Gelände für den Automower 435X AWD gefunden. Bei einer Steigung von knapp 70% fühlt sich der Automower immer noch wohl und sorgt so für die Rasenpflege am Hang. Ideal hier natürlich der Allradantrieb. Hier ein Blick von oben nach unten. Sehr schöner Hügel hier. Und hier ein Blick von unten nach oben. Beeindruckend mit welcher Traktion der Automower 435X AWD diesen Berg meistert. Und hier nochmals von der Seite. Kein Rutschen, kein Durchdrehen. Der Automower 435X AWD klettert bombensicher den Berg hinauf. Ja, alle weiteren Infos wie immer auf robermeer.de. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.